Das hat unser aller Leben genommen. So, warte. Jetzt kann man das Video abspielen. Nein. Was mache ich da oben? Konnte man nicht mit der Maus irgendwie die Ansicht? Oh fuck, ich habe vergessen, dass man ja nicht ewig splinten kann. Mit der Maus die Ansicht? Bruder, was? Kamera bewegen, meine ich. Ja doch, wieso? Ja, das geht bei mir nicht. Boah, das Lied ist so epic. Oh, Multi-Lag. Jawoll, Bruder. Oh, Bruder. Na, Mann. Man muss am Anfang erstmal wieder reinkommen, ey. Okay, Hauptsache, ich habe es zum Checkpoint geschafft mit nur einmal sterben. Ah, Digga, was los mit mir? Oh Mann. Fucking Hammer. Digga, ich botte gerade so rein. Ich hatte schon Angst, dass du mir jetzt die Schuld dafür gibst, Alter. Wieso schaffe ich es nicht, da rüber zu springen? Behindert? Ja. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, geht doch, Alter, du Hund. Okay, ich bin schon drüben. Das ist ein Hammer. Schon. Ist hier. Ich habe den Checkpoint geschafft, Amanda. Ich bin auch da. Uff. Uff. Ah, ah, shit. Ich bleib da stehen wie sein Bott. Ah, du Hund. Zuge, du. Seid ihr schon wieder drüben? Ich bin schon ganz, ganz vorne beim Huhn. Ah, okay. Das reicht doch, wenn es einer von euch beiden hinkriegt, oder? Nein. Ich muss das. Das muss jeder schaffen. Dann werden wir das nie schaffen. Ich sehe nichts. Ach, fuck. What the fuck? Oh, man. Spiegel unter alles, Alter. Was ist das? Leck mich. Alter, verfickte Hund. Ja, ich habe es auch geschafft. Gottes Willen. Nein. Ich habe es noch wieder geteatet, aber... Nein! Ach, Mann! Lul. Lul! Der letzte Hammer nimmt... Lul, was? Wieso habe ich meinen Kopf nicht geworfen? Oh, Gottes Willen. Oh, Motherfucker. Ich bin gerade voll am rein scheißen. Alter, meine Fresse, Dicke. Nein! Nein. Ja, ja, ja. Oh mein Gott! Jaaa! Ey, ey! 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 Deine bösen Wörter. Warum nicht? Seid wann? Seid du mich letztes Mal so beleidigt hast, du Hund. Du hast es verdient. Und halt deinen Schnauz aber. Siehste, du tust es doch auch. So, jetzt. Ach, fuck. Jo, danke, Wolf. Wir brauchen gar keinen Patch-Bot mehr, wir haben Wolf. Ist so, wir haben echt Wolf dafür. Ahhhh. Ich seh. So. Kommt die Scheiße hier wieder. W-w-w-w-pfff! Was? W-w-w-w-pfff! Ey, das war doch eigentlich mal voll einfach, dort rüber zu springen. Was ist denn jetzt los? Das war noch nie einfach. Bro, Entschuldigung, ich bin auch da. Oh, oh, ja Bruder. Bruder, easy. Nein! So, jetzt schaffen wir es aber. Da gab es mal eine Respektive. Nein! Ach, Mann. Man kann über das erste... Oh, wow. Also über die einzelnen kann man einmal drüber springen. Ja. Geht doch, Digga. Meine Güte. Mann. Ah, f*** mein Leben. Ey, was lagtest du? Alter! Alter! Fuck! Bro. Du, Mann! Missgeburt! Du, Mann! Missgeburt! Eww. Was rauskommt jetzt? Null. Oh, fuck. Wann war hier Feuer? Kann ich einfach ins Wasser springen, oder? Ja. Alter, ich raste. Geht das Feuer auch mal weg? Nein. Doch, doch, im Wasser dann. Oh, nein. Ja, 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 ja. Nein! Ich hasse dieses Level, Jungs. Ich hasse es. Das hasst auch uns. Oh, Mama. So, eine Nase. Nackelstelle bekommen gerade. Ja! Nein! Doch! Das ist aber easy. Nein, was mache ich? Ah, mein Bein! Ja, okay. Nur mit Kopf kann man nicht so gut fliegen. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich bin zwar reingelaufen. Oh, mein Gott. Ich fick... Ich fick mein Leben! Wehe, ihr kriegt das diesmal nicht. Ich sag's euch. Ich bin so ein Spot. Nein, spring doch. Ich bin im Ziel. Echt jetzt? Ja. Alter! Dieses verfickte Level, Mann. Stabil, Alter. Checkpoint. So. Oh, das ist jetzt diese Stelle. Ja. Ist das ein... Nein! Ah, fuck. Ich hab's auch fast, Alter. Fast. Ach, du Hund. Nein. Ja. Ach, du, Hund. Schirrby, warum bewegst du dich vor und zurück? Du kannst mal auf dieser Platz, wo kannst du bleiben. Ja. Fand ich aber irgendwie gerade mega einfach. Also gerade hat's auch dreimal geklappt. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Du hast alle Niederlagen verdient, die du gerade hast. Alle. Der wünscht dir direkt den Tod, Digga! Nein! Dino, weißt du, wie du hier durchkommst? Chill doch, du Spasti! Du Spasti, ich wollte dir grad sagen! Digga, lass mich! Digga, 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 digga! Nice! Alter, nix, Lena. Ich weiß nicht, was du meinst. Achso, Nexus, hör auf, alles zu skippen, Alter. Meine Güte, Alter. Nexus, nur weil dir ein Lead nicht gefällt, kannst du nicht gleich skippen, oder? Ey, jetzt. Was? Ich will dein Leben. Nein! Nein! Wie hat mich die Hand getroffen? Ich kack ab! Wie der jetzt tut? Du mach' nicht so auf unschuldig! Wie du da einfach umfällst? Ja klar, auf Anruhe kannst du auch Kritt gehen! Ey, im Gottes Willen, ich bin so ein Bot! Jule? Was? Du kannst da direkt weiterspringen! Bleib erst gar nicht stehen, spring direkt weiter! Aha! Ja, ich bin schuldig! Was soll ich da hinten machen bei den Hand in Season? Ich komm' da nicht drauf! Ähm, bei dem ersten, also dann, wenn die zurückkommen, musst du über den ersten springen und dann durchrennen! Ja! Okay! 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 Tino springt! Die Hundeskala! Fickt euch, Alter! Fickt euch, Alter! Beine gebrochen! Dicker! Dicker! Hör auf! Da gab's erstmal richtige Respektchen! Oh mein Gott! Okay! Aber einer hat's geschafft! Aber... Das hat er geschafft! Ja, er hat's geschafft! Immerhin! Okay, wir müssen dieses Level nie wieder spielen! Sehr gut! Ja! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung! Sie helfen uns das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere! Ja, wie immer, auf der ife! Ja, wir können uns das auszudrücken! Tickets! T brute-vielbreden! Fickt euch! Fickt euch! Vielen Dank.